hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf diesem kanal sofort und gleich wieder heute zeigen wir euch mal ein gameplay und zwar ein turnier gameplay ja gleich mal wieder geschafft ein batch zu kassieren leute fragt mich nicht wie ich es halt mit der gleiche geschafft habe du pop up cup so und zum anfang könnt ihr auch mal gerne ein abo da lassen würde ich auf jeden fall sehr freund und ein like und ja da ist der vergleich drüber wir fangen an 321 da kann ich mich gar nicht mehr so an die erst in dieses mensch erinnern weil ich glaube ich war ziemlich früher mal tot glaube ich ja warst du auch ne du warst wirklich tot oder du warst auf jeden fall tot das weiß ich ja aber das ist ein bisschen meist matches also kann ich das eine nicht vom anderen unterscheiden bin ich gemein heute wieder ich habe die pampa für nicht gesehen da müssen wir erstmal zu den häusern ne ja also wenn wenn man in retail tatsächlich mal die situation hat dass keine waffe da ist oder so dann kommt man oft relativ gut noch hier hin zu den häusern also man fliege dann man ja 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 man da ich 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 Ah, ahem. Warum guckst du gerade so böse? Du bist ein Tiger. Wieso bist du ein Tiger? Klar. Wie denn? Ah ah, bin ich weit draußen. Jetzt. 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 Wow, geiler Name. Ich hab kein Schild. Den Lars, bei mir ist es immer so, Leute. Immer am Anfang, ich hab nie Schild. Wenn ich ein Schild bekomme, ist das echt ein Wunder. Man ist es halt ja keine Pause. Ja, auch nicht. Ja, ich bin einer sehr genannt. Weißt du? Ich hab einmal Match gehabt. Ich hab einen Wolfer manchmal bekommen. Und der Typ ist direkt bei mir gelandet. Und er hat meine Munition eingesammelt. So. Und dann hab ich ihn zweimal getroffen. Hätte nur noch ein Hit gebraucht. Hab keine Munition mehr. Er läuft nach unten und kriegt gepumpt. Der blaue. Ich war tot. Ah, da warst du tot. Stimmt. Da, stimmt. Da hab ich doch gedacht. Ah ja, stimmt. Da war noch irgendwas... War das nicht so... Die sind hinten bei den Shops oder so? Ja, da hattest du gesagt, die sind bei den Shops. Ja, und der eine war ja wirklich mal im Shop, wie ich sehe. Aber der andere war eben nicht bei den Shops. Interessanterweise, ich bin fast den gleichen Weg gelaufen wie Herr Sofort. Und wenn ich den Weg laufe... Und wenn ich den Weg laufe... Hat der nicht geblieben, oder? Ja. Ne, hat er nicht. Ah, dann nebst du noch. Dann hab ich das gemacht. Riese. Leute, wenn ihr jetzt z.B. auf mich trefft und ich... und ihr werft und macht... Spiel irgendwie ausgestattet mit nem Rocker. Dann hab ich das immer gefüllt. Kennen wir gleich? Ja, oder habt ihr irgendwelche Schwitzer-Skins drin? Ja. Vorsicht mit Schwitzer-Skins. Ich bin sofort da. Ich bin eh bei dir sofort gefüllt. Hot Lake aus dem Shops. Was ist der Raven? Wird das Skinnen? Wird das Skinnen? Was ist der Raven? Ich weiß nicht. Ich bin ein 12-Groux-Wert. Normaler beziehungsweise. Wird das Skinnen sein. Nein, weil der... Das ist in nem Dreierpack drinnen. Der Skinnen ist... Ungefähr... Neun oder acht Euro wert. Der Raven 20. das war krass da hab ich echt gedacht jetzt ist das da war ich der festivalzeug und das match ist mir und leute auch da wieder spieler wird sofort gewinnt ich lasse nur leute am leben die weder achtung wenn ihr das kind oder achtung wenn ihr das kind das war schon ziemlich intenser die Da kann ich noch was herholen. Wie viele Kürze? 6. 6 Kürze. Träuchte ich mich hier auch noch? Ja komm, komm. Ich hab hier überhaupt gekürzt in die Lapp. Da kann ich noch was erzählen. Das ist ja nicht so weit weg. Noch. Rollt der gerade runter, kommt der nächste schon wieder. Im Grappler. Zerstört. Und auch der hat keinen Bock mehr gehabt. Ich hab Feeling dabei, doch. Deswegen hab ich ja auch noch. Seckenstufe. Die ist schon geil vor mir. Aber ich finde die Flugzeuge nicht so krank. Wenn die Autos besser ist. Das gibt mir Bock. Aber wenn Flying machen kann, dann ist das witzig. Wenn Flying... Also mit Flying kommst du eher irgendwo vom einen Ende der Map zu anderen als mit Flugzeug. Ja. Mit Flugzeug musst du immer damit rechnen, dass du von irgendjemanden echt zwischendrin abgeschossen wirst. Mit einem Auto, wenn du da rumfliegst. War das ein großer Schilltank? Ja. Das war ein großer Schilltank. Das ist wie für Apple. Nein, da hat das nicht gesehen. Aber da kam jetzt einer raus. Genau. Und da hinten hab ich gleich noch einen gesehen. Da hab ich mich gleich umgeguckt. Nach rechts. Genau. Und da waren wir überhaupt noch in Richtung. Okay. Das größte was ich zu dem Zeitpunkt brauche ist Schillt. Was krieg ich? Schillt. Sehe es nicht. Geil. Wie würd ich immer sagen. Geil wie Pommes. Ja genau. Damals von allen Zeiten noch. Da wusste ich nämlich... Da ist einer. Keine Ahnung. Ich brauchte Material zu dem Zeitpunkt. Ja, das war das. Ich brauchte so dringend Material. Ich hatte glaube ich nur... Der jetzt war ich voll. Ich hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich nur 20 Material oder so. Aber es gab echt extrem wenig. Und dann hab ich 500 gehabt. 500, 500, 500. Das war dann gut. Dann kann ich wieder bauen. Ja gleich, gell? Mhm. Und das braucht man jetzt nicht wissen. Heutzutage geht Sportler nicht mehr ohne bauen. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Mach mal ohne bauen und du bist sofort tot. Ist ja doch Christ 05. Ich hab immer noch einen Slackline mitgenommen. Ja. In dem Retail. Geil. Ausdruck immer wieder nicht verbracht. Epic Games, ne? Oder klar? Witzig. Die ganze Worte hat die Slackline mitgenommen. Ja. Hast du den Hedge dort grad irgendwo sehen? Nein. Ich guck die ganze Zeit auf die Slackline. Nein, guck auf die Leute. Zipline. Ich sag immer Skiline. Skilift sag ich mal. Ich sag immer Skiline. Das war im Turnier, Leute. Das war nicht irgendwie ein random Public Match, das war im Turnier. Ich hab keine Ahnung was da passiert. Ich bin einfach durchgebackt. Hast du grad gesehen? Mhm. Ich bag einfach durch. Das ist ja auch was hier, Leute. Bei dem ist er durch seine eigene Wand gebackt und hat er gesagt, this game is doo doo. Nein, das ist normal. Das sagt er geschätzt in jedem Video. This game is trash. This game is trash. Wir müssen echt gleich mal gucken, dass du das mal ganz kurz nochmal zurück machst, weil das die Zipline dann ist. Und der wurde geschafft und das bin ich mal nicht hoher. Was ist? Wenn ich das einfach nochmal laden muss. Und dann hoffentlich ist diese Zipline nicht dran. Weil das nicht mehr ist. Ja. Na, das geht halt aber ein. Ja. Hat er wie hoch wie ihr wart, ne? Jetzt ist aber die Killzahlen nicht richtig. Wieso? Nach Epic hab die nochmal verkeigt. Die Killzahlen müssen jetzt eigentlich bei 10 sein. Ah, da ist sie schon bei 8, siehst du? Da kommt noch ein Kill. mehr Wachbar wieder im richtigen Sinn, oder? Hilfe, Hilfe, Hilfe Also Epic Games, wenn ihr das seht, fixt einfach mal ein paar Sachen im Replay Modus Ja, da gleich Ja, im Replay Modus und auch im Replay Modus So, wo's hier angeht? Headshot Sehen wir gesehen hier? Mhm Ich bleib immer noch bei 8 Kills Warum? Egal jetzt 1, 2, 3 Also das sind 15 Leute 15 Kills 3, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 Es sind 15 Diese ganzen Ausdruckzeichen Also ein paar Ausdruckzeichen, wo da nicht gefällig sind Oh, ok Zwei haben bei mir überlebt Zwei haben nicht also zwei gespielt Die haben's überlebt Also solange ihr Teammate noch gelebt hat Also solange ihr Teammate noch gelebt hat Aber die hab ich liegen lassen Zwei Stück Ja, ist jetzt halt mehr Solo versus du In diesem Match Fast immer, ich mein natürlich NIE Guck'n sie mich da an? Ja, sofort Ja, gleich Das war so schlecht Das war so schlecht Auch so schlecht Dahinten stand einfach einer Und ich hab nicht auf ihn geschossen Hast du grad gesehen? Nee, ich hab mal Vergleich Das ist gar nicht duschgesagt Können wir hier irgendwie die Killzahl aktualisieren? Ja Hä, jetzt bin ich in Noskin Ja, dann geh nochmal nach vorne Jetzt bin ich in Absinthe Noskin Alter Es ist so verbuggt einfach Leute Es ist so verbuggt Ohne Witz, es ist so verbuggt Hey gleich Hey gleich, du lehnst schon von hinten Ja Ich chill jetzt, ja Übrigens Übrigens Das haben wir ja an Neujahr aufgenommen Ja, am ersten und erlasten Also gespielt, erspielt Wollen wir jetzt alles tun Wollen wir da Es ist aber kein Ton da, oder? Doch Ich hör nichts Nee Bitte Bitte nicht, bitte Epic Games Bitte Jetzt hör ich wieder Wie? Wie? Gleich warum? Ne Ahnung Du bist wie der Tiki Keine Ahnung Du bist Tiki Wie? Seid ihr schon gehabt? Ja Ich jetzt auch Der Typ hat's schon gedacht Er enjoyed jetzt mal sein Live Ja Vor allem jetzt hat er das mega enjoyed, weil Der kam zu dir gepusht und war tot Ja Einmal gegrabbled tot Ich hab vorhin was gemacht, da war ja gleich so fasziniert von Ich hab gesagt Komm editier dich durch, editier dich durch Hattest du durch editiert Headshot gegeben Perfekt, perfekt Machst du super Wenn... Hm Komm Ja Das wird Und jetzt geht's. Und jetzt machen die da eigentlich. Das war ne risky Aktion. Ich würde dich ja sofort halten, wenn ich nicht risky wäre. Und jetzt hat er wieder den. Da ist, da ist noch kurz. Da sieht man nicht so weit. Ja. Ja. Epic, bitte fix diesen Bugs. Ja. War bei der nächste oder noch? Schau mal kurz eine Sekunde, bis jetzt nichts mehr ist. Danke. Jetzt wird es wieder losgehen. Oder Tone zugesetzt. Was? Sieht doch schon besser aus. Tone gegen ein. Sie haben den Unfall im Vorschein. Wo wegen ein. Aber das geht ja noch nicht. Verspringen wir die in die Wand. Damit war dieses Match geworden. Ja. Ja. Wieso denn? Nehmen wir gleich das nächste mit rein. Jetzt darf ich direkt? Ja, natürlich. 40 Minuten Video. Ja. Mit dem Pop-Up-Kopf gewinnen. Da können wir ja zum Ende gehen. Ja. Doch. Das müssen wir nicht ganz. Doch. Warum? Ab dem ersten Kühl machen wir es komplett. Okay. Zwischendrin hatte ich auch ein Match, wo ich wenigstens mal Top 2 geworden bin. Mit ein paar Kills. Ja genau. Drei Kills habe ich wenigstens geholt. Wir sind noch 24 Punkte gekommen, Leute. Kannst du es mal ganz schön zeigen? Soll ich? Guck mal. Hier, Leute. Hier seht ihr es. 24 Punkte. Ja. Äh. So. Jetzt. Hä? Hä? Wann habe ich den so in der volle Süße? Hm? Keine Ahnung. Nö. Damit gewinnen wir dieses Pop-Up-Cup-Zeug-Ding ins Kirschen. In welcher? Ja. Das Übungsturnier. Ja. Und das war dann doch relativ knapp, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten eineinhalb Stunden ungefähr zwischendrin gegessen und Pause gemacht. Ab 15 Minuten muss der erste Kill gefallen. Und? Eigentlich will ich das Ganze nehmen, weil man sieht dann auch das ganze Zeug was wir gemacht haben. Nö. Doch. Warum? Weil, ich finde das eigentlich spannend. Dann nimm lieber anstelle dessen meinen Match rein, wo ich zum Schluss Top 2 war. mit drei kills das ist ja nicht so spannend wie man dann starten hier hier sind wir wieder also soweit ja es war hier ist noch wie ich aus da waren wir wirklich überall haben wir sollte dass da leute waren so sieht es aus wenn die ganze web australien besteht das ist auch kommt dann so oft vor ich stehe auch noch so für uns am besten um an diesem ganzen mega match da vorbeizukommen war das ein fischstäbchen ich habe auch mal ein fischstäbchen gesehen und das lag nicht nur auf dem teller das war noch tief geworden wird jetzt mit raten irgendwo so ist mir leid aber so schlecht weil er in der eiswerke sorry aber der war so ohne warum war schlecht warum schreibt man die kommentare schreibt man bitte die kommentare was redet er gleich hier ich finde das ist eine der hässlichsten ich habe jetzt einfach warum habe ich auf die pappe Weil ich auf die Distanz befehle ich gar nicht. Mann. Mach mal halt. So, hä? So. Das hat er gewählt. Wir werden aber abgauen. Dann haben wir noch einen Gegner. Hat er gehört? Und dann muss man natürlich den gedrucken. Erster Shot. Der ist dann Toramiden. So. Mhm. Ich bin so genervt gespannen. Ich bin einfach runtergefallen. Jetzt geht es wieder los. Sofort wieder genervt. Ich weiß. Ja, das stimmt. Ja. 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 Und ich habe niemanden getroffen. Da war ich böse. War nicht genervt? Ich war böse. Das war wirklich die allerletzte Chance noch diese Punkte zu holen. in diesem Turnier. Deswegen haben wir dann auch gesagt, wir gehen jetzt gar kein Risiko rein. Ja, das war das letzte Match. Das war das allerletzte Match. Das war wirklich ein paar Minuten. Vor 10. Nach 10. Nein. Dieser Zeitpunkt war nach 10. Nein. Nein. Das war schon nach 10. Ja, was? Was? Also wir wussten ganz genau, wenn man das jetzt hier vergeigen, dann ist es gelaufen. Ja. Ja. Wir hatten gebraucht nur noch 3 Punkte. Ja. Nur noch 3 Punkte Euro. Klingt nicht viel. Ist aber extrem viel. Ist aber bei 17 Punkten am Ende extrem viel. Und dann habe ich doch gleich gesagt, jetzt muss ich jederzeit verfolgen. Oh mein Gott. Und jetzt möchte ich ja gleich 16. Ich habe es ja geschafft. Ich möchte jetzt ja gleich 16. Nein, das möchtest du nicht. Da. Das möchtest du nicht. Er hat zu mir gesagt, er versteht die Steuerung nicht. Was denn? Wieso? So, Achtung. Da würde ich dann angehen. Das war schon ziemlich heiß. So. Weil es nicht leckt zwar, aber es ist mir gar egal. Warte. Ich möchte es 10. Ich spule auch gleich von mir zurück, falls dann kill es umfallen ist. Aber. Dann wirfen sie noch mit Gas noch mehr. So ein Dank um gleich die Sohnleut und Herr Gleis. Größter Feind sind nicht die Gegner. Also wenn die Sohn. Weil er gleich nie weiß, wie er entkommen kann. Davon. So jetzt achtet Herr Gleis. So, was passiert? Er boxt sich ein. Mal 10er tickt. Er boxt sich ein. Oh. 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 Guck mal. Können wir schütteln das ständig im Kopf. Ich kann das gar nicht. Ja und das war von dem Gegner die Wand. Oh. Und dann? Und dann? Ja. Es ist gut. Was ist daran gut? Das ist so geil. Das zeigst du natürlich. Aber das wo ich zweiter geworden bin, ja und mit drei Kinds, das zeigst du natürlich nicht. Ja. Ja. Was ist denn das für nett gewesen, ey? Wie du da hinten in der Sohn stehst. Das war so witzig. Ja. Ja. Du kannst nicht von dem Gegner die Wand editieren. Aber übrige Leute, wie war bei euch so besser? Auch wenn sie zu spät kommt. Aber wie war bei euch so besser so? Bei mir war es ja... Bei uns ist was passiert, Leute. Gell er gleich? Bei mir... Bei mir... Ich hab... Wir haben uns dieses Jahr... Wie jedes Jahr Batterien gekauft. So. Und dann... Habe ich meine Batterie auf die Straße gestellt. Und dann fällt diese Batterie um. Während sie schießt. Und... Dann... Quasi das Zeug was in die Luft geschossen wird. Also in die Himmel geschossen wird. Liegt auf mich. Auf mein Bein. Gell? Mhm. Und... Auch wenn jetzt... Weil jetzt ein paar Leute da kommen. Das wisst doch gar nicht. Blablabla. Ihr erschreckt euch. Extrem. Auch wenn es nicht so krank weh tut. Ihr erschreckt euch. Richtiger gleich? Oh, der erschreckend tut mir natürlich nicht. Ich hab hier schon... Ich hab dir auch gesagt. Unser Nachbar, der hat vor ein paar Jahren so einen Schuss am Hals bekommen. Der war... Der war auch ziemlich geschockt. Naja. Macht nix. Er ist zum Glück her... Held schon. Das war ein Held schon, Leute. Ich glaub das war ein 275er gewesen. Ja, mach doch. Ohne grüne Brand. Spätestens ab dem Teil werde ich sowieso nicht mehr gelegt. Aber hier sieht man auch schon, wie viele Leute jetzt noch hier in dieser kleinen Sohn waren. Ja. Also da merkt man schon, dass man hier in der höheren Stufe bei dem Turnier ist. Weil es ist... zu der Zeit sind ja reingeschnibbeln. Ähm. So die Zeit muss das Matchweiß nicht schon vorbei. Ja, oftmals ist es schon vorbei. Oder du hast vielleicht noch einen oder zwei Kisten, aber es ist so viele. Es waren ja noch... es waren ja noch acht, glaub ich, neun. Vierzen. Wahnsinn. Ich hätte das hier eh nicht mehr überstanden, weil irgendwie in dieser Endzone... Da war also... Wabbel 2008. Mhm. In der Endzone... Was machst du um die Urzeit in Fortnite? Meinst du das Kurzjahr? Ja. Ist das denn? Ja, ist aber gut für das Alter. und zu den zeitpunkt hatten wir dann die punkte vollgarten da war mir alles egal aber ich habe trotzdem noch gewinnt muss den beiden muss ich den 17 ich muss das machen weil es tut mir leid wenn jedes körper guckt die da unten da so kommt er gleich da unten genau links vorbei aber nicht ganz kannst du ja mal meine kids zeigen die haben mich abgefuckt leute ich wollte einfach mich nur ins finale kämpfen so kommen diese harsch geeignet schuldigung dass ich das so sagen gleich ist in einem turnier mensch einfach hinten die klippe runtergefallen der war tot er wollte sich hinten an der klippe also da wo es die wunderbarkeit holt wollte er sich eine kleine base aufbauen und fällt einfach durch das war so scheiße wenn ich das finden würde ich würde es doch vorzeigen das war so scheiße ja war nicht schlecht was macht ihr denn jetzt da vorne das war echt schlecht das eine oder das war sehr schlecht leute wenn ihr mal gleich das kd wissen wollt ihr könnt einfach nachgucken ich kann euch das aber trotzdem nochmal sagen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 so also waren was von der tors mod 2 ich weiß natürlich nicht dann wären wir wahrscheinlich dritter gewesen also drei von 990 oder hast du auch ein paar ich glaube du hast zwei kills gehabt und ich hatte doch drei kills gehabt ok jetzt guckt euch diese kranke sichten von der gleich an wie krank der ist der gleich darf ich kurz entscheiden doch bitte weil die müssen sich ja nicht alles angucken nein ich guck nur die killt ich zeig nur die killt nein das ist ja so ne 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 man muss das ja vorher schon weil diese diese alter die haben mich ja so aufgefallen hallo kein werbefreundlicher content weil wir auch werbung schalten können leute so kannst du ungefähr ab dort noch mal ab dort glaube ich ja so genau der gleichsicht ist krank ich glaube da jetzt erstmal hoch und hol mir jetzt erstmal da diese da die truhe noch ja so also es ist so sieht es halt bei mir aus ja nicht so was mache ich denn da überhaupt ok weil ich gesehen habe dass da hinten welche waren ich drück mir das mein schild rang rein die habe ich nicht auch hast du ist einfach verpackt ok du bist gemein aber ich bin stolz so jetzt war so okay also ich muss jetzt erst mal mich hier aber ich bin da erstmal das kann man das überspringen gleichbau doch immer richtig schnell ist der ich wusste nur die haben mich gesehen das ist hier viel zeit von null der gleich ich wusste nur die haben mich gesehen und die haben auch auf mich geschossen ja gehen einmal dann kurz zurück weil man sieht die treppen sonst nicht ist ja sind es total bescheuert aus ja das ist so muss man muss die treppen sehen können können sein dass man meine treppen muss die sind da los ich muss auf jeden fall aufpassen weil ich wusste die hatten die haben auch auf mich geschossen und wie sieht man es auch nicht und hört es auch nicht dass sie auf mich geschossen haben so dann bin ich mit dem auto abgehauen warte mal ich möchte mal sehen ob die gegner siegt er macht aber die name tags rein die sind noch gar nicht drin so und damage effects natürlich auch nee ist off damage effects war eben hart auf so ja und man sieht es nicht das sind da sind die gegner direkt vor mir toll man sieht es nicht super man sieht gar nichts ja da kannst du auch ganz vergessen kommen ist ja quatsch jetzt hier irgendwann mal was fixen können jetzt hat man aber jetzt sieht man wie die gegner baut jetzt muss ich gleich mal zurück gehen also so sieht das bei der gleiche aus den habe ich gepickt und tot jetzt doch 40 40 schaden 40 schaden kann ich sein doch nein bei einem hit kannst du 20 machen ja wie du siehst ich hab ja wie weiß ich nicht was wir haben 83 schaden was ich denke mir nur okay ich das war so nervig was haben die mich genervt vergleiche mal deine sicht ist richtig richtig ist richtig geil ist krass spannend oder mega kammer oder guck ich fahr ist das nicht schön ne das war ja das auto ist nicht einfach umgefallen sollen die haben es weggeschossen leider sieht man jetzt auch die nicht hier das kann doch nicht euer ernst sein das kann doch nicht euer ernst sein epic games wenn ihr das hier sieht fix bitte eure sachen wenn es euch schade wenn es euch gefallen wird bis dann rein und tschüss